Ich hab jetzt exotisches Studentenfutter Exotisches Studentenfutter? Anstatt Nüsse sind da ganz viele Früchte drin Bananenchips, Kokosnusschips Trauben verschiedene Hört sich aber irgendwie auch geil an Doch Haselnüsse sind drin Ah! Nussenergie! Ah! Haben es extra gekauft weil keine Nüsse drin sind Ah! Bananenchips Kokosnusschips Papaya Würfel Ist da noch? Cranberries Ah! Haselnüsse und Mandel sind drin Das ist doch mal schön wieder mein Vierersquad Alter, jetzt müssen wir rasieren Leute Oder wir werden rasiert Leute, bitte schwitzen Aber es war auch wieder voll knapp Ja, aber es waren auch harte Gegner Das muss man schon sagen Aber weil die halt so durchrasiert haben waren sie unvorsichtig Deswegen hab ich sie voll oft killen können Die sind einfach so zu zweit, zu dritt auf mich gegangen Und dachten sie können sich mich easy gönnen Alter, aber da haben sie jedes Mal falsch gelegen Hast du sie erstmal bedient hier? Ich hab eigentlich fast jedes Mal Wenn die mich angegriffen haben zu zweit oder so Hab ich eigentlich fast immer einen weggezogen Alter, nur wenn sie zu dritt gekommen sind Haben sie mal ne Chance gehabt, Alter Gut, stimmt nicht ganz Der Imperator ist mir hart auf den Sack gegangen Weil den hatte ich dann auch oft am Sack Und dann halt Und dann kommt halt noch irgendein Lichtschwert-Dude dazu Und dann wird's schwierig Ja, zu dem Imperator Willst du ihn unbedingt spielen? Welches Level ist er bei dir? Oh, das sind alles Low-Levels, Leute 11 Na, muss ich wohl jemand andern nehmen Ist Kaido Wer hat Captain Fass mal genommen? Ne, Spaß Aber ich bleib auch bei ihr Glaub ich Die muss noch Gold werden Ja, ich wollte auch kurz sagen Ich Lache den mal ganz kurz ein Hat der keinen Battlefront, oder? Ne Hat der mal einen Raider genommen? Sonst hätte er wahrscheinlich auch gesehen, dass wir in einer Party sind Aber Kann er sich jetzt wahrscheinlich denken, wenn wir alle vier Ja Wird gleiches Spiel spielen Oh Mann Und jetzt hängt mein Playstation natürlich hier wieder rum Ja, es geht los Bei mir noch nicht Mir auch nicht Also ich Ich sehe halt das Spiel nicht Ich versuche halt noch jemanden einzuladen Ich beschütze dich Ah, jetzt endlich 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 Das hat ja auch noch 10 Jahre Das sind Ding Äh, bei Manlog Was soll denn denn Ich glaube, dass du jetzt Heute flästig am Schauen gewesen Ha, viel besser, gell? Ist ja genau so spannend wie Manlog Spannender Oh, der Spannungsfaktor ist auch der gleiche, gell? Der Raider ist schon zu krass Aber jetzt sind wir gerade am Rasieren, gell? Ja, die sind doch nur Lowlevels Ja, die sind doch nur Lowlevels Ja, die sind doch nur Lowlevels Ja, ich sag's ja, die sind doch nur Lowlevels Deswegen habe ich auch jemanden genommen, die noch nicht Gold ist Ja, ich kann nur welche nehmen, die noch nicht Gold sind Ja, so sieht's aus Oh, den hab ich gebraucht Bisher Oh, ein Ein wildes Was? Ja Ich werde auf zwei Ränt der weg Ja Ich laufe immer nicht weiter hinterher Oh, weg Ah, hinten ist hier, oder? Oh, Oh Oh, oh Oh, nein, keiner hat Solo Oh, er zerfehlt, ja Das war schon ein bisschen, ja, aber es war so lecker, immer so laut. Auf dem Dach. Oh, Han Solo. Oh, er hat keine Bombe mehr. Oh nein, aber er hat noch 10.000 Rhoads. Ach ja, ich hab den Brachter-Rolli geschlagen. Wir haben nicht mal den Kill gekriegt. Wir haben nicht mal den Kill gekriegt. Wir haben sicher auch den Spaß ihres Lebens. Ja, man. Absolut, ja. Mit wie viel Leben fängt man an? 35? Ja. Danke fürs Yoda-Kill. Kein Problem. Oder wolltest du ihn haben? Nee, nee, aber der hat mir grad den Rücken gesteint, während ich Anakin hinterher bin. Aber komm schon, der muss doch mal sterben. Ich kann ihn gleich entfreezen. Ich bin der Wischmann-Lift-Shirt. Ah ja, Mann. Wir sind nicht mehr im Kopf. Jetzt sind wir das. Ich bin der Wischmann-Rolli. Wir sind der Wischmann-Rolli. Genau. Wir sind der Wischmann-Rolli. Das ist der Wischmann-Rolli. Wir sind der Wischmann-Rolli. Sack doch, als hätte ich dir ein paar Kills gelassen. Den musst du unbedingt haben, Yannick. Sorry. Hinten, das war gerade einer. Der oben auch, oder? Ah, der Anakin. Ich kann da nicht hochspringen, Leute. Wo geht's denn? Der rennt weg, okay. Es könnte dein Problem werden. Wir sind zu zweit hier. Oh, der Luke kommt auch noch. Ist doch kein Problem geworden. Jetzt ob mir da kurz vorher, jetzt ob mir da kurz vor dem Kill einfach die, äh, Dinge ausgeht. Achso, oben jetzt. Ich hab genauso viele Kills wie Assists. Ausdauer leer und ich konnte trotzdem einfach auf den draus lehnen. Da hinten stehen sie. Oh, das war ein Machtsprung mit Phasma. Da hast du nur mal Skill gehabt. Ja, Mann. Unser zweiter Tod, oder? Oh, ho! Oh, ho! Alter, dass ich das auch noch überlebt hab! Ja, ich wollte gerade zur Hilfe kommen. Wie gestandet ihr? Fünf, neunzehn, null. Ich hab Longest Killstreak, fünfzehn. Ich mein... Tode, null. Ich war's...